Der Moisburger Weihnachtshof oder die Moisburger Weihnachtsfeier ist in dem Sinne eigentlich ein schönes Erlebnis, weil du mit vielen Leuten in Kontakt kommst, das Essen ist fantastisch, die Stimmung ist cool, man hat eine Band, man kann sich austauschen, man sieht ganz, ganz viele Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat und es ist ein sehr schönes Miteinander. Wir haben sehr viele spannende Projekte vor uns und worauf es mir meist jetzt hilft, Frau, ist mit euch diese Weihnachtsfeier zu feiern und ich wünsche euch und eurer Familien einen schönen Rutsch und einen guten Weihnachten und jetzt die Mahlzeit. Zum Wohl. Ich finde es sehr gut, dass wir viele Aktivitäten haben, also freizeittechnische Aktivitäten wie der Motorradausflug, da will ich nächstes Jahr auf jeden Fall noch mitgehen. Ich bin ein begeisterter Fischer und gehe immer auf den Fischertag mit, Radausflug oder so, das sind einfach Events, wo man auch andere Leute wieder mal trifft und wo man sich unterhalten kann. する team ist einfach. Also, die unter – dazu ein Geist wäre schon heisch. also dein Geist mit Salz %⑦igence.